Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Einführung in das Studium der politischen Systeme. Politische Systeme sind alles von Staaten nach unten, über Gemeinden bis hin zu politischen Parteien, Verbänden, Verwaltungen und nach oben haben wir internationale Organisationen, haben wir supranationale Systeme. Also alles, was halbwegs geordnet ist und wo Politik sich ereignet, das sind politische Systeme. Tja, und dann ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, sich zunächst einmal klarzumachen, was ist denn das, was sich in Ihnen vollzieht, nämlich Politik. Was ist Politik? Tja, und das beschreibt man ziemlich leicht, wenn man sich klarmacht, wo denn Politik überhaupt herkommt, zu welchem Zweck den Menschen so etwas Merkwürdiges wie Politik erfunden haben. Und das Argument beginnt unscheinbar, nämlich mit einem Zylinder. Das ist ein Clan, eine Sippe, eine Gruppe von Menschen. So wie halt unsere Spezies angefangen hat vor fünf oder sechs Millionen Jahren durch Lebewesen, durch Leute, die halt in Sippenverbändern durch gleich welche Gegenden der Welt gestreift sind und das Problem hatten zu überleben, Beute zu erlegen, sich Kleidung und Waffen zu beschaffen, Streitigkeiten im Clan zu regeln, Streitigkeiten zwischen Clans und Sitten und Stämmen zu regeln. Nach Möglichkeit so, dass man selbst nicht drauf ging. Also es gibt Clans und in diesen Clans muss festgelegt werden, wer stellt sich bei der Jagd aufs Mammut wohin, wer verarbeitet das Mammut und seine Überreste, wer geht sammeln, wer kocht, wer baut Speere, wer hat das Sagen, wenn einer oder ein Ne das Sagen haben muss. Das heißt, man muss allgemein verbindliche Entscheidungen treffen, an die sich alle halten. Man muss Regeln aufstellen, an die sich alle im Clan halten. Und weil es dann auch noch andere Clans gibt, braucht es das, was dieser Pfeil symbolisiert, nämlich die Herstellung von allgemein verbindlichen Regeln und Entscheidungen und deren Durchsetzung, natürlich auch zwischen diesen ganzen Clans, je nachdem wie viele eben zusammenwirken. Irgendwann haben die Menschen entdeckt, dass die Speere besser werden, wenn bloß solche Leute Speere bauen, die das gelernt haben und wirklich können. Irgendwann kam man drauf, dass am besten nur jene kochen sollen, die keinen Giftbrei zusammenrühren. Kurzum, man begann zu sehen, dass man über Arbeitsteilung erhebliche Vorteile erzielt. Die einen Töpfern, die anderen züchten Vieh, die anderen bestellen die Felder, die nächsten kümmern sich um das Brotbacken, die nächsten kümmern sich darüber, dass aus Eisenerz die Erz und dann eben Bronze, was der Teufel, was Eisen und so weiter wird. Das heißt, es wird die Gesellschaft kompliziert. Teilbereiche der Gesellschaft müssen nun wie ein Räderwerk zusammenwirken. Und dieses Räderwerk muss man irgendwann zum Zusammenbringen bringen. Das heißt, wo Arbeitsteilung ist, gibt es einen erhöhten gesellschaftlichen Koordinationsbedarf. Tja, wie koordiniere ich so etwas Komplexes wie diesen großen Zylinder jetzt? Mit den ganzen rivalisierenden Clans und denen, die da Waffen tragen und gerne einen Kriegszug machen. Jenen, die da eben die Felder bestellen und die jungen Männer lieber bei der Feldarbeit als im Krieg hätten. Wie gleiche ich Interessen aus? Eine Stadtmauer muss gebaut werden, weil wir so reich sind, dass andere Stämme unseren Reichtum gerne hätten. Wir müssen uns verteidigen. Wie stelle ich sicher, dass die Leute auch bei Regenwetter und wenn es kalt ist, auf die Baustelle kommen und tatsächlich arbeiten und nicht als Arbeiterdenkmäler in der Gegend herumstehen? Naja, der Bedarf an Regeln und Entscheidungen und an deren Durchsetzung auch gegen Widerstand, der Bedarf an so etwas steigt. Und so wird die gesellschaftliche Arbeitsteilung, die funktionale Arbeitsteilung irgendwann die Form annehmen, dass es Leute gibt, deren Job es ist, für allgemein verbindliche Regeln, Entscheidungen und deren Durchsetzung zu sorgen. Dann ist halt jemand hauptberuflich Häuptling. Dann ist jemand hauptberuflich Oberpriester eines um ein Heiligtum gegründeten Stadtstaates. Dann ist jemand hauptberuflich König oder Pharao oder wie die Dienstbezeichnung eben hieß. Und um diesen Knilch herum gibt es jede Menge von Handlangen, die eben ich als Pharao auch brauche. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich brauche einen Visier. Ich brauche dann ein, zwei Generäle, damit ich nicht ständig in den Krieg muss. Ich brauche einen Oberverwalter der staatlichen Kornkammern. Einen Aufseher über den Pyramidenbau. Einen, der sich um das Equipment meiner Truppen kümmert und so weiter. Jemanden, der für den Schiffsbau zuständig ist. Das heißt, es braucht Funktionspersonal, um in dieser inzwischen relativ komplex gewordenen Gruppe allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen so herbeizuführen, dass das gesellschaftliche Leben und die Reproduktion der Gesellschaft weiterhin gelingt. Genau das, was ich jetzt beschrieben habe, all diese Handlungen bezeichnen wir als Politik. Und das, was im Zug der gesellschaftlichen Arbeitsteilung dann entsteht, nennen wir das politische Entscheidungssystem. Oder wenn es verschiedene gibt und ein ganz zentrales, das nennen wir das zentrale politische Entscheidungssystem. Und mit solchen Systemen, die Entscheidungen treffen und durchsetzen, wollen wir uns befassen. Wenn Sie nun verstanden haben, wie Politik in die Welt gekommen ist, kann es nun günstig sein, eine Kurzformel für Politik zu finden, damit man nicht immer diese ganze Geschichte erzählen muss, wenn man von Politik spricht. Das heißt, wir brauchen das, was auf Alltagsdeutsch heißt, Definitionen. 15 oder eine. Und es ist so, dass es nun wahrhaftig reichlich Definitionen gibt. Ich nenne Ihnen einige politische Praktiker, die sagen, naja, Politik ist ganz einfach die Kunst der Führung von Gruppern, etwa von Fraktionen und Parteien und Staaten, im Rahmen des Möglichen. Dann gibt es andere, die sagen, naja, das greift zu kurz, denn wie führe ich denn Gruppen? Viele Leute wollen führen. Der Kern ist, dass man um jene Macht ringt, die man braucht, um führen zu können. Sondern Politik ist Kampf um Macht, ist Streber nach Herrschaft. Und da ist nichts Falsches dran. Dann kommen die Nächsten und sagen, ja, ja, ich ringe um Macht, ich strebe nach Herrschaft. Da gibt es doch die, die auf meiner Seite stehen und jene, die nicht auf meiner Seite stehen. Und ich will an meine Gruppe deswegen führen, weil es meine Gruppe ist. Und andere Gruppen kämpfen gegen meine Gruppe. Aha, das Wesentliche bei der Politik ist, dass für mich die Welt in zwei Gruppen von Menschen zerfällt. Das eine sind meine Freunde, das andere sind die Feinde. Und Politik beruht darauf, dass ich mir immer klar mache, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind. Und mit den Freunden wehre ich mich gegen die Feinde. Ja, sagen die Nächsten, das ist ein bisschen abstrakt, das muss konkreter sein. Wir sind denn ganz konkret die jeweiligen objektiven Feinde. Ach ja, die objektiven Feinde sind jene, die unsere bestehenden Verhältnisse gefährden. Nö, sagen die anderen, die objektiven Feinde sind jene, die sie dem gesellschaftlichen Fortschritt in den Weg stellern und das historisch Notwendige verhindern. Die also uns sozusagen, die wir noch Jugendliche sind, daran hindern, die Rolle von Erwachsenen einzunehmen. Klassenkampf nennt sich das, wenn der Kern des Streites der Besitz oder Nichtbesitz von Produktionsmitteln ist, die dann ihrerseits gegebene gesellschaftliche Verhältnisse hervorbringen und stabilisieren. Die Nächsten sagen wiederum, naja, Kampf und Streit, weswegen streite ich denn? Weswegen will ich mich denn durchsetzen gegen eine andere Klasse? Weil es mir im Grunde doch darum geht, unter Menschen eine gute Ordnung aufzurichten. In unserem Clan, in unserer Gruppe und Zwischengruppen, eigentlich zwischen allen gutwilligen Menschen auf der Welt. Politik ist also das Ringen um den Aufbau und um die Sicherung einer guten Ordnung. Ja, sagt dann der Nächste, ja, wie kriege ich denn das hin? Gute Ordnung, wie stabilisiere ich das? Woran erkennen Leute, dass sie in einer guten Ordnung leben? Ach, das ist so, dass man von einer bestehenden Ordnung Werte zugeteilt bekommt. Und zwar Zuteilung nicht in dem Weg, dass man sich nimmt, was man will, sondern dass sie innerhalb einer bestehenden Ordnung zugeteilt werden, idealerweise sogar nach den Gesichtspunkten der Gerechtigkeit. Und keiner wird abstreiten, dass das alles sehr gut trifft, worum es bei der Politik geht. Nichts davon ist falsch. Und gleichwohl merkt man, dass keine Definitionen sozusagen alles das abdeckt, was auch von den anderen Definitionen mit Fug und Recht als Kern von Politik bezeichnet wird. Sodass die Frage lautet, gibt es eine Chance, eine überwölbernde Definition hinzukriegen, die das, worum es bei der Politik in all diesen Definitionen geht, in einer einheitlichen und vielleicht auch viel kürzeren Formel zusammenfasst. Und tatsächlich, dem guten alten Niklas Luhmann ist zu verdanken, dass wir so eine Formel haben. Und diese Formel lautet, etwas modifiziert von Luhmann, wie folgt. Politik ist menschliches Handeln. Politik ist etwas, was Menschen tun, seitdem sie in Clanverbändern herumgelaufen sind, sich dann niedergelassen haben, Städte und irgendwann das moderne Finanzsystem gegründet haben. Politik ist menschliches Handeln. Aber was für ein menschliches Handeln? Es ist jenes Handeln, das sich vollzieht in Gruppen von Menschen und Zwischengruppen von Menschen. Also das, was jemand in vollständiger Einsamkeit im Wald macht, das ist keine Politik. Aber in Gruppen, wo man allgemeine Regeln aufstellen und durchsetzen muss, oder Zwischengruppen, wo es die gleiche Herausforderung gibt, da vollzieht sich Politik durch menschliches Handeln. Na schön, aber woran erkenne ich, dass es politisches Handeln ist? Ja, man erkennt es daran, dass Politik eine bestimmte Sorte von Handeln ist. Nämlich jenes Handeln, das auf einen bestimmten Zweck abzielt, das etwas Bestimmtes erreichen will. Schön, aber was denn soll durch Politik erreicht werden? Es soll erreicht werden, die Herstellung und Durchsetzung, ja wovon denn? Die Herstellung und Durchsetzung von allgemein verbindlichen Regeln und Entscheidungen. Politik ist menschliches Handeln, das abzielt auf die Herstellung allgemeiner Regeln und Entscheidungen und auf die Durchsetzung allgemeiner Regeln und Entscheidungen, was man auf die Kurzformel von der allgemeinen Verbindlichkeit bringen kann. Ich hoffe, dass Sie intuitiv schon sehen, dass alles, was auf der letzten Folie drauf stand, hier enthalten ist. Und dann können wir noch etwas näher hinsehen, was ist denn von dieser Definition alles impliziert. Politik ist menschliches Handeln. Bei menschlichem Handeln geht es um Werte, die man teilt oder nicht teilt, um Interessen, die man hat oder zurückweist, um Leidenschaft und um Irrationalität. Politik ist Leidenschaft, ist Irrationalität, ist Interessen geleitet, ist Werte geleitet. All das ist das, was wir zu bedenken und zu studieren haben, wenn wir Politik studieren. Politik spielt sich an in Gruppen von Menschen und Zwischengruppen von Menschen. Das klingt doch verdammt nach Innenpolitik und nach Außenpolitik. Und das ist eine richtige Intuition. Ja, wo immer Gruppen von Menschen da sind und interagieren, tut sich Politik. Und das bringt man auf eine schöne Formel, die sehr kurz ist und vom lateinischen Wort ubiquä kommt. Ubiquä heißt auf Lateinisch überall. Die Ubiquität von Politik ist, verdeutscht, die Überallheit, das Überallvorhandensein von Politik. Und das heißt im Klartext, innerhalb eines Fußballvereins vollzieht sich Politik. Innerhalb einer Universität vollzieht sich Politik. Es vollzieht sich sogar innerhalb einer etwas größeren Familie Politik. Was machen wir heute am Sonntagnachmittag? Müssen wir schon wieder spazieren gehen? Wo fahren wir im Sommerurlaub hin? Oh Gott, nicht schon wieder was besichtigen. Bei all diesen Sachen werden allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen gefällt. Und das tut sich überall, wo Menschen miteinander umgehen. Politik zielt ab auf etwas und das heißt, wer über Politik nachdenkt, denkt stets auch über die Grenzen von Politik nach. Wo Politik das eben nicht schafft, was sie will, nämlich durchzusetzen, das gilt als Regel. Das wird getan und das wird gefälligst unterlassen. Wenn Politik abzielt auf die Herstellung und Durchsetzung von Regeln und Entscheidungen, dann denken wir notwendigermaßen darüber nach, warum denn eine bestimmte Regel durchgesetzt werden soll. Und wenn sie einmal durchgesetzt ist, stehen wir vor der Frage, was sind denn die Auswirkungen dieser Regel? Warum soll eine bestimmte Entscheidung getroffen werden und was werden ihre Folgen sein oder sind ihre Folgen? Das möchte ja bedacht werden, wenn man sich darauf einlässt, etwas Bestimmtes in die Welt zu setzen und umzusetzen. Das heißt, bei Politik geht es um das Abwägen von Konsequenzen, um das Klären von Absichten und wenn ich Erfolg haben will in der Welt da draußen, muss ich dann wohl von der Welt so viel verstehen, dass das, was ich tue, gemäß der Weise, wie die Welt funktioniert, hoffentlich zu dem führt, was ich erreichen will. Wenn ich mir die Welt anders vorstelle, als sie ist, dann werde ich durch das Setzen und Durchsetzen von Regeln und Entscheidungen in der Regel nicht das erreichen, was ich erreichen will. Politik will allgemein verbindliche Regeln durchsetzen, also Regeln, die für alle in einer Gruppe gelten oder für alle Zwischengruppen. Tja, da gibt es immer Leute, die möchten das nicht. Ich möchte mich nicht an diese Regeln halten. Ich will diese Entscheidung nicht mittragen, weil ich glaube, dass sie falsch ist. Na, wie setzt man dann durch, dass sie dennoch verbindlich ist? Das ist in letzter Instanz eine Machtfrage. Wer ist der Ober und wer ist der Unter? Wer ist der Koch? Wer ist der Kellner? Wer ist der Trumpf? Und wer ist die ganz normale Spielkarte? Der Kern von Politik ist die Ausübung von Macht. Nur dadurch entstehen verbindliche Regeln und Entscheidungen. Was ist der Unterschied zwischen Regeln und Entscheidungen? Regeln gelten für alle in einer Gruppe oder zwischen den Gruppen, über welche verbindliche Entscheidungen und Regeln getroffen werden. Und Entscheidungen sind einzelfallbezogen. Das ist der einzige Unterschied. Denn in der Politik geht es nicht nur um Gesetze, die für alle gelten, sondern auch um die Frage, wird hier eine Umgehungsstraße gebaut? Ja oder nein? Wird diese Brücke errichtet? Ja oder nein? Und das sind Einzelfallentscheidungen. Noch etwas zum Begriff der allgemeinen Verbindlichkeit. Ab und zu liest man von Verbindlichkeiten und dann merkt man, dass solche Leute die deutsche Sprache nicht richtig beherrschen. Im normalen Deutsch sind Verbindlichkeiten Schulden. Zwar werden in der Politik oft Schulden aufgehäuft, aber der Zweck von Politik ist nicht die Herstellung von Schulden, also von Verbindlichkeiten, sondern von verbindlichen, also geltenden und durchgesetzten Regeln und Entscheidungen. Und bei diesem menschlichen Handeln geht es im Kern um die Frage, was soll, in welchem Rahmen und auf welche Weise allgemein verbindlich gemacht werden? Woran sollen sich alle halten müssen? Was, wie, in welchem Rahmen? Und damit sind wir bei einer traditionellen Aufteilung der Gegenstände der Politikwissenschaft und der Systemlehre. Was soll durchgesetzt werden? Das sind die Inhalte. Was für eine Migrationspolitik? Was für eine Sozialpolitik? Was für eine Bildungspolitik soll umgesetzt und durchgesetzt werden? Und natürlich geht es bei Politik um Inhalte. Die einen wollen dieses, die anderen wollen jenes und wer setzt sich durch? Das ist die Frage der Politik. Wie soll etwas durchgesetzt werden? Das heißt, in welchen Prozessen mache ich Wahlen und Abstimmungen und dann sehen wir, wer gewonnen hat? Ziehe ich vor ein Gericht und die Richter entscheiden? Mache ich einen Aufstand und kriege ich dann raus, ob ich das Regime stürzen kann oder nicht? Führe ich einen Krieg und sehe dann, wer der Sieger ist und wer verloren hat? Also bei der Politik geht es um politische Prozesse, um die Abläufe, in denen etwas allgemein verbindlich gemacht wird. Und in welchem Rahmen? Das sind die politischen Strukturen. Handeln wir in einem Staat oder in einem zerfallenen Staat oder in einer staatsfreien Gesellschaft? Wenn wir in einem Staat handeln, ist das ein Rechtsstaat, wo eben Rechtsnormen gelten? Oder ist es ein Willkürstaat, wo das, was ich will, Kraft meiner Macht durchgesetzt werden kann? Hat dieser Staat Demokratie oder keine? Hat dieser Staat ein parlamentarisches Regierungssystem oder ein präsidentielles? Das macht Unterschiede für das Ablaufen politischer Prozesse. Und Achtung, diese Dinge sind wechselseitig aufeinander bezogen. Politische Inhalte prägen die Prozesse. Wenn ich mich gegen einen durchsetzen will, der unbedingt was anderes will, ja, dann kann es sein, dass mein Wunsch, mich durchzusetzen, zu einem Eroberungs- oder Verteidigungskrieg führt. Inhalte werden durch Prozesse durchgesetzt. Wenn ich ein Regime stürzen will, ja, dann brauche ich schon die Organisation der notwendigen Prozesse des Aufständischseins und des Niederringens der etablierten Gewalt. Inhalte prägen Strukturen. Wenn ich einen Rechtsstaat will, dann muss ich unabhängige Gerichte aufbauen, sonst wird es nichts. Strukturen ihrerseits sind die Vehikel von Inhalten. Wenn ich politischen Pluralismus und offene politische Diskussion in einem Parlament ermögliche, dann entsteht hier ein Machtfaktor, den eine Regierung irgendwann nicht mehr ignorieren, sondern höchstens mit Waffengewalt beseitigen kann. Politische Strukturen begrenzen Prozesse, wie vorhin gesagt. Wenn ich ein Rechtsstaat bin und die Opposition politische Fragen vor das Verfassungsgericht bringen kann, ja, dann kann ich als Regierungsmehrer nicht mehr alles tun, sondern nur das, was verfassungsgerichtssicher ist. Und Strukturen werden durch politische Prozesse hervorgebracht. Wenn Leute einen Staat nicht länger verteidigen gegen Aufständische, dann kollabiert er. Wir können derzeit Ähnliches am Fall von Katalonien und dem spanischen Zentralstaat gut studieren. Also all das haben wir zu untersuchen, wenn wir auf Neuhochdeutsch den Policy-Bereich von Politik studieren oder den Politics-Bereich studieren oder den Polity-Bereich studieren. Wobei das Teilfach politische Systeme und insbesondere unser Basismodul genau diesen unteren Bereich von politischen Prozessen und politischen Strukturen zum zentralen Gegenstand hat. Politik haben wir entstehen lassen aus gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Was hat denn eine Gesellschaft sonst noch zu erledigen? In welchem Kontext ist Politik gestellt? Naja, eine Gesellschaft hat Wirtschaft zu betreiben, sonst hat sie irgendwann nichts mehr zum Beißen. Bei der Wirtschaft geht es um die Schaffung von problemlösenden Ressourcen und um deren nachhaltige Sicherung. Wobei alles, was man über Ökologie zu sagen hat, an dieser Stelle mitzudenken ist. In einer Gesellschaft geht es, im großen Zusammenhang gesellschaftlichen Lebens, geht es um die Sicherung der Reproduktion der Gesellschaft. Man sieht es im deutschen Fall. Viel zu wenige Kinder, folglich demnächst zu wenige Pflegekräfte und die Rente, die sie beziehen werden, wird wahrscheinlich maximal 35 bis 40 Prozent ihres letzten Bruttoeinkommens betragen. Weil zu wenig Leute da sind, die ihre Rente erwirtschaften können. Wenn man also die gesellschaftliche Reproduktion vernachlässigt, läuft eine Gesellschaft nach einigen Jahrzehnten in etliche Probleme hinein. Was eine kluge Gesellschaft ja wissen könnte. Aber wir werden auch sehen, warum in der Politik Klugheit ein sehr seltenes Gut ist. Und natürlich muss man auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern. Am Beispiel von Spanien kann man derzeit sehen, wie schwierig das sein kann. Kultur gehört zu den gesellschaftlichen Aufgaben und damit ist gemeint die Aufrechterhaltung von gemeinsamen Wertgrundlagen und von gemeinsamen handlungsleitenden Selbstverständlichkeiten. Worauf können wir uns verlassen, wenn wir miteinander umgehen? Was kann ich von einem anderen, den ich noch nie gesehen habe, als Verhalten im Alltag erwarten? Und worauf muss ich mich nicht einstellen? Was bringt uns alle in gleicher oder ähnlicher Weise zum Ticken? Sind wir alle der Meinung, dass die Religion eine Privatfrage ist? Oder sind wir alle der Meinung, dass das Wesen der Politik im Umsetzen von Gottes Willen in die Lebensführung auf Erden besteht? Und was machen wir, wenn sich Bevölkerungsgruppen über diese nicht unwichtige Frage streiten und geile Haare bekommen? Weil sie eben keine gemeinsamen Wertgrundlagen mehr haben. Ja, und dann ist Politik selbst in diesen Aufgaben was Wichtiges. Hier geht es um das Erkennen von Problemen, das rechtzeitige Erkennen von Problemen, das Lösen von Problemen durch allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen. Das ist der Kontext, in dem sich Politik vollzieht und nachdem ich Ihnen vorhin gezeigt habe, wie man über solche Pfeile nachdenkt, gebe ich Ihnen einfach als persönliche Hausaufgabe auf, denken Sie mal nach, was alle diese Pfeile bedeuten, in beiden Richtungen. Wenn Sie darüber gründlich nachgedacht haben, werden Sie von Politik wesentlich mehr verstehen und für politisches wesentlich sensibler sein als jetzt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein klassisches, auf das Sie selbst bestimmt auch gekommen werden, aus der marxistischen Gesellschaftslehre. Die Wirtschaft, wie sie sich in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand der Produktivkräfte jeweils als gesellschaftliche Verhältnisse niederschlägt, bringt, marxistisch gesprochen, einen bestimmten politischen Überbau hervor. Zu einer liberalen Produktionsweise gehört ein liberales politisches System. Und wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr funktionieren, aus welchen Gründen auch immer, wenn sich also die wirtschaftliche Basis einer Gesellschaft umwälzt, dann wird der frühere Überbau auch fortgerissen und ein neuer Überbau errichtet. Kernaussagen marxistischer Geschichtsanalyse. Denken Sie mal alles nach und nicht alles, was man sich denken kann, muss richtig sein. Es ist auch nicht alles an der marxistischen Geschichtsanalyse im Übrigen richtig. Das war nur ein Beispiel, wie man über solche Zusammenhänge nachdenkt und dann ist immer unsere Aufgabe die nachzusehen, in der Wirklichkeit nachzusehen, ob das von uns Gedachte wohl auch mit den Tatsachen übereinstimmt oder nicht. Wenn das, was wir denken, nicht mit den Tatsachen übereinstimmt, sollten wir unser Denkern korrigieren. Wenn unser Denkern sich als in Übereinstimmung mit den Tatsachen befindlich erweist, dann können wir auf unserem Denkern weiteres aufbauen. Dies alles hängt miteinander zusammen und die Hausaufgabe besteht, wie beschrieben darin, diese Zusammenhänge einmal systematisch zu durchdenken. Sie sollten dazu auch Notizen machen und mindestens 30 Minuten dafür reservieren. blicken wir nun auf Dimensionen von Politik. Was alles ist im Spiel, wenn sich Politik ereignet? Vier Dimensionen sind mindestens anzusehen, aber sie reichen auch für die meisten Betrachtungszwecke. Wenn von Politik die Rede ist, ist von Macht die Rede, muss von Ideologie die Rede sein, muss von Normen die Rede sein, muss von Kommunikation die Rede sein und diese Dimensionen müssen wir jetzt durchgehen. Schwant Ihnen schon etwas, zwischen diesen vier Kästen gibt es wieder Pfeile. Macht wirkt auf Ideologie ein, Ideologie hat irgendwas mit Macht zu tun. Nächste halbe Stunde denken Sie über alle diese Verbindungen nach, jeweils in doppelter Richtung und notieren Sie, was Ihnen dabei einfällt. Machen Sie das an zwei aufeinander folgenden Tagen und am dritten schauen Sie auf Ihre Notizen und denken nochmal drüber nach. Wenn Sie das gemacht haben, werden Sie schon unglaublich viel über Politik gelernt haben. Und damit Sie bei dem Nachdenken über die Verbindungen dieser vier Dimensionen von Politik über präzises Nachdenken können, gehen wir nun diese vier Felder durch. Fangen wir mit Macht. Macht ist durchaus klar definierbar, die folgende Definition ist auch international durchgesetzt und stammt von unserem Landsmann Max Weber. Macht ist eine Chance, etwas zu tun. Was für eine Chance ist Macht? Macht ist die Chance in einer Beziehung, in einer sozialen Beziehung, also in einem Clan, zwischen Clans, Macht ist die Chance in einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen, das was ich will, meine Interessen, meine Leidenschaften, meine Werte, das was meine Freunde wollen und meine Feinde nicht wollen, also Macht ist die Chance in einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen, auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Ich setze mich gegen den Feind durch, ich setze mich gegen die gegnerische Klasse durch, ich setze mich durch, gegen jene, die andere Interessen haben, die andere Werte verfolgen, ich setze mich durch, ich habe die Chance mich durchzusetzen, dann schon habe ich Macht, insbesondere wenn der andere es merkt, dass ich die Macht habe, ihn im Notfall auch physisch zu besiegen, denn so geht die Definition weiter, Macht ist die Chance in einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, ganz gleich worauf diese Chance beruht. Ob diese Chance darin beruht, dass ich eine Maschinenpistole in der Hand habe und der andere nicht, ob die Chance darauf beruht, dass ich ein so tolles, einnehmendes Wesen habe und der andere sich als Stinkstiefel aufführt, weswegen mir die Leute folgen, ihm aber nicht, ob meine Chance darauf beruht, und dass ich es überzeugend argumentieren kann, während der andere mühsam Satzfragmente hervorstammelt. Das ist egal. Ganz gleich, worauf die Chance beruht, sich in einer sozialen Beziehung gegen Widerstand durchzusetzen, ganz gleich, worauf diese Chance beruht, diese Chance zu haben, ist das, was man als Macht bezeichnet. Auch darüber gilt es nun näher nachzudenken. Macht ist eine Chance und das heißt, Macht besteht auch ohne Anwendung. Es reicht, wenn der andere weiß, dass er mich durchsetzen könnte, dann wird er meistens parieren. Wenn er nicht pariert, dann zeige ich ihm, wer den Größeren hat und jene, die das sehen, werden dann parieren und der eine auch. Als er macht, erkennt man nicht notwendigerweise daran, dass sie sich in Gewalt oder sonst was umsetzt. Sie besteht in der Regel am wirkungsvollsten in ihrer Vorauswirkung. Beim Ergriff der sozialen Beziehung sind wir tief in der Soziologie, in der Verstehenden Soziologie, bei Max Weber, hier geht es um sinngeleitetes Handeln. Menschen beziehen ihre Handlungen sinnhaft aufeinander, das heißt, man verbindet mit dem, was man am anderen zu entdecken glaubt, an Handlungsmustern, Sinn und überlegt sich, wie ich darauf reagiere. Der eigene Sinn des Handelns, der fremde Sinn des Handelns, das Ganze wird zueinandergebracht, im Idealfall koordiniert, über verschiedene Interaktionssequenzen hinweg koordiniert, so entstehen dann soziale Rollern. Es kommt darauf an, den eigenen Willen durchzusetzen, das heißt, Macht hat sehr oft etwas Gerichtetes. Zwar hat der andere die Chance, vieles durchzusetzen, auch gegen meinen Willen, aber nicht alles will er durchsetzen. Das will er von mir. Ich soll so denken wie er. Ich soll an den Nationalfeiertagen die staatlichen Symbole vorzeigen. Ob ich sie auch in meiner Wohnung aufhänge, das ist denen egal. Das heißt, Macht hat in der Regel eine bestimmte Wirkungsrichtung, die ich kenne, im Idealfall, auf die ich mich einstellen kann. Das Widerstreben gegen die Macht ich ausübe, das ist der eigentliche Kristallisationspunkt von Macht. Denn ob eine Chance nur behauptet wird oder ob diese Chance wirklich besteht, das merkt man immer dann, wenn es Gegenwehr gibt. Es kann auch jemand blöffen. Er kann sagen, du hast überhaupt keine Chance gegen mich. Und wer sie dann einschüchtern lässt, wird er kuscht. Wenn jemand sagt, du hast überhaupt keine Chance gegen mich und ich sage mir, hey, das warten wir erstmal ab, versuch mal, mich dazu zu bringen, was du vor mir willst, ich tue es nicht, arbeite dich nicht mehr ruhig ab an mir. Und irgendwann tollt sich der andere, weil er gesehen hat, er setzt sich nicht durch oder lässt sich auf ein physisches Gefecht ein und er holt sich die blutige Nase, nicht ich, oder den gebrochenen Arm und nicht ich, oder er ist am Schluss tot und nicht ich. Dann wird klar, ob die Chance reell bestand oder bloß behauptet war. Das heißt, immer, wenn ein Gestaltungsanspruch auf Widerstreben trifft, wird klar, ob ein Bluff stattgefunden hat, ob die früher realen Machtverhältnisse immer noch bestehen, ob es wirklich die Chance von dem A gibt, mich als B zu dominieren oder ob inzwischen ich als B mich dieser Chance meines früheren Beherrschers entziehen kann. Das sind die spannenden Fragen. Wie geht es im Konfliktfall aus? Wer klug ist, wird solche Konfliktfälle vermeiden, sei es durch Kuschen, sei es, dass er so deutlich macht, dass keine Chance besteht, dass Widerstand gar nicht erst versucht wird. Der Kern von Politik ist genau das, was Lenin auf eine berühmte Formel gebracht hat. Wer, wen? Wer besiegt wen? Das ist der Kern aller Politik und im Vorfeld richten sich alle politischen Kalküle danach aus, wer hat die Chance, wen zu besiegen und dann kommen die individuellen Nutzenkalküle, auf welche Seite will ich mich stellen. Gleich viel, dieses Wort verweist auf die Vielfalt der Machtmittel, die ich vorhin schon benannt habe, von physischer Macht über kommunikative strukturelle Macht bis hin zur physischen Machtanwendung, psychisch bis physisch. Das ist Macht, ein Kreislaufprozess. Und obendrein versteht man Macht gut, wenn man sich klarmacht, dass Macht drei Gesichter hat. Die erste Form von Macht sieht man als Durchsetzungsmacht. Ich tue etwas, was du nicht willst und ich kann es tun. Das zweite Gesicht von Macht ist eines, da muss man schon näher hinschauen, sie besteht darin, eine Entscheidung zu verhindern. Ich kann dich zwar nicht besiegen, wenn du es darauf anlässt, aber ich werde dir die Kosten deines Sieges so hoch treiben, dass du gar nicht erst versuchst, dich mit Gewalt mir gegenüber durchzusetzen. Suche den Konflikt nicht. Entscheide dich lieber für den Status Quo. Das ist eine Erscheinungsform von Verhinderungsmacht. Und die andere sehen Sie in der deutschen Innenpolitik. Der Bundestag hat meistens eine andere parteipolitische Mehrheit als der Bundesrat. Deswegen kommt es häufig vor, dass der Bundestag etwas beschließt und dem Bundesrat die Mehrheit besitzt in der Opposition sagt Nein. Und dann muss man sich aufs Verhandeln einlassen. Das ist Verhinderungsmacht. Das wichtigste Gesicht der Macht, das ist das Dritte, das man eigentlich nur mit einiger analytischen Anstrengung erkennt, die besteht darin, diese Macht, die Begriffe schon so zu prägen, die Begriffe, anhand welcher politischen Themen erörtert werden, dass das, was man selber durchsetzen will, plausibler klingt als das, was der andere, der Gegner durchsetzen will. oder dass meine Sprache als akzeptabel gilt, die Sprache des Gegners aber als inakzeptabel. Sowas nennt sich kommunikative Macht, nennt sich Deutungsmacht. Der Fachbegriff aus der Kommunikationswissenschaft für das, was sich hier eignet, heißt Framing. Und worum es geht, sieht man schön in dieser Grafik. Sie sehen den guten Berlusconi vor einem Fenster, das zerbrochen ist, weil Ratingagenturen die schöne Aussicht eingeschmissen haben. Welchen Frame legt der gute Berlusconi an vor das gesprungene Fenster? Hier, man sieht nur die Linie nach oben. Das kann Wirtschaftswachstum, Entwicklung gesellschaftlichen Reichtums sein. sich in diesen Rahmen fotografiert. Er schaut, das ist die Entwicklung Italiens, seitdem ich regiere. Je nachdem, wie man den Rahmen zieht, durch den man auf Teile der Wirklichkeit blickt, kann die Wirklichkeit anders aussehen. Geschicktes Framing, geschicktes Festlegen der Begriffe, anhand welcher über die Welt nachgedacht wird, bringt einem Vorteile beim politischen Kampf. Er öffnet einem Chancen, sich auch gegenwiderstrebend durchzusetzen. Ich sage Ihnen noch ein drastisches Beispiel. Eben weil es kontrovers ist, zeigt es genau das, was ich zeigen will. Schauen Sie, die Durchsetzung, in welchen Sprachen man über die Regelungsmaterie des Paragrafen 218 Strafgesetzbuch spricht, hat die Möglichkeiten der beiden streitenden Seiten sehr stark beeinflusst. Geht es beim Regelungsgegenstand von Paragraf 218 Strafgesetz um die Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper und ihr Leben oder geht es um das Leben ungeborener Menschen? Der Sachfalt ist exakt der gleiche, aber der Frame, der Rahmen, die begriffliche Einkleidung und die Anschlussdiskurse sind völlig verschieden. Und hier sieht man, wie wichtig es ist, Begriffe zu prägen, die Grenzen des Sagbaren zu bestimmen und ein Schelm ist, wer glaubt, hinter der Verteidigung von Grenzen des Sagbaren stünde keine Machtpolitik. Genauso wie das Verschieben von Grenzen des Sagbaren mit Machtstreben zu tun hat, hat deren Verteidigung mit Machtstreben zu tun. Und das aus der Beobachter Perspektive zu sehen, das ist genau der Job des Politikwissenschaftlers. Ein Politikwissenschaftler ist nicht Teil eines solchen kommunikativen Machtkampfes. Er ist der Beobachter und der Analytiker, jener, der beschreibt, was auf dem politischen Kampfplatz von Staten geht. Macht hat drei Ausübungsformen neben ihren drei Gesichtern. Das eine ist die konkrete Anwendung von Macht im Einzelfall. Das ist die offen angewendete Macht. Ich als spanischer Staat sorge dafür, dass die Separatisten in Katalonien ihren unabhängigen Staat nicht bekommen. Das Zweite und von mir schon mehrfach erwähnt, ist die Androhung von Macht und ihrer Vorauswirkung. Und das meiste an Macht funktioniert über Antizipationsschleifen. Ich antizipiere, was mir geschieht, wenn ich dies und jenes tue und dann überlege ich mir, das, was ich tun könnte, lieber doch zu unterlassen, weil ich die Konsequenzen nicht tragen will. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Das schönste Beispiel stammt aus der Kriminalgeschichte oder aus der Rechtspflegegeschichte, das ist die Wahrheitsfindung durch Folter. Die erste Stufe des Folterns bestand immer im Vorzeigen der Folterwerkzeuge. Da sagte man dem Delinquenten, siehst du hier die Daumenschrauben, morgen lege ich sie dir an und dann drehe ich, wollen wir es mal versuchsweise machen, wie sich das anfühlen wird. Keine Angst, heute bin ich noch nicht ernst, nur als Vorgeschmack. Und das ist die Streckbank. Da werde ich dich morgen drauflegen, die Füße werden dort festgemacht, die Arme da oben und siehst du hier dieses große Rad, mit dem schiebe ich diese Streckbank auseinander. So, freust du dich schon drauf? Nö. Ja, dann wäre es doch besser, du gestehst gleich heute. Dann sparst du dir die Schmerzen und ich mir die Arbeit. Und in realistischer Einschätzung der eigenen Persönlichkeit sollten die meisten zum Ergebnis kommen, es ist besser, sich erst gar nicht foltern zu lassen, denn unter der Folter tut man dann doch das, wovor man jetzt noch stolz behauptet, man täte es nie. Zweites Beispiel aus der Zeit des Kalten Krieges, MAD. Mutual Assured Destruction. Leitgedanke atomaren Wettrüstens. Wer als erster Atomwaffen einsetzt, stirbt als Zweiter. Aber es stirbt auf alle Fälle. Darum ist es irrational, Atomwaffen einzusetzen. Es braucht freilich rationale Menschen für solche Vorauswirkung und wie groß die Probleme sind, sehen wir derzeit in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea. Drittens, der sogenannte ABV-Abschnittsbevollmächtigte, da sind in der DDR Polizisten gewesen, die im Wohnquartier unterwegs waren, da sind die Polizisten, die heute auf Bahnsteigen stehen oder inzwischen ersetzt durch Videokameras, in deren Anwesenheit man vermutet, Anwesenheit der Videokameras und der Polizisten, dass manche Leute, die ansonsten Übles täten, das Üble, was sie ansonsten täten, unterließen, weil sie das nicht vor den Augen von Polizisten oder von Videokameras machen wollen. Hier wird Macht ausgeübt, über Vorauswirkung, der naive Mensch sieht gar nicht, dass Macht ausgeübt wird, der sagt, wieso, der Kerl ist doch gar nicht gefoltert worden, wieso braucht man denn die Atomwaffen, es will doch ohnehin keiner was abschießen, wir können doch die ganzen Polizisten lieber was anderes machen wollen, es tut sich doch eh keine Gewalttat auf diesem Bahnsteig, wir können die Videokameras abschrauben, auf diesem Platz hat sich schon lange keine Gewalttat mehr eignet. Na ja, naive Menschen sehen einfach die Vorauswirkung solcher Machtausübung nicht. Politikwissenschaftler aber sollten niemals naiv sein. Und die dritte Form von Macht ist die effizienteste und braucht erst recht analytische Anstrengungen, das ist die Ausgestaltung von sozialen Strukturen so, dass immer der A die größeren Chancen hat, sich durchzusetzen als der B. Jene, die oben sind, bleiben oben, wie Brecht das in einem schönen Gedicht geschrieben hat, jene, die unten sind, die bleiben unten, du hast keine Chance, also füge dich einfach. Das ist die sogenannte strukturelle Macht. Und wenn es gelingt, ein politisches System auf strukturelle Macht zu gründen, dann ist Freiheit schnell verschwunden. Ich meine, wem die Freiheit egal ist, der hat damit kein Problem, insbesondere wenn er oben aufsteht und Macht ausübt, aber keiner sollte damit rechnen, dass er immer oben auf ist. Soviel zur Macht als Dimension von Politik. Wir kommen zur nächsten Dimension, das ist Ideologie. Bei Ideologie ist es wichtig, komplexer zu denken, als man im Alltag zu denken gewohnt ist. Wir brauchen ein Begriffspaar, um Ideologie begreifen zu können. Erster Begriff lautet Operationswirklichkeit, das ist die Welt da draußen, an deren Existenz wir im Alltag nicht zweifeln. Die Welt da draußen, in der wir handeln, in der sie ihr Studium machen, in der Bundestagswahlen sich vollziehen, Koalitionsverhandlungen sich vollziehen, in der es amerikanische Präsidenten gibt, die die Kunstform des Donaldismus erfunden haben und nordkoreanische Machthaber. Das ist die Welt da draußen, die ist so beschaffen, wie sie ist, die funktioniert so, wie sie funktioniert, und zwar auch ganz gleich und unabhängig davon, wie ich mir die Welt vorstelle. Ich kann mir den Donald Trump wirklich als ein politisches Genie vorstellen. Ich kann mir den nordkoreanischen Staatspräsidenten wirklich als einen wohlmeinenden Familienmenschen vorstellen, der sogar seine Schwester in wichtige staatliche Positionen befördert. Aber das, was die beiden sind, sind sie unabhängig davon, was ich über sie glaube. Ich muss meinen Glauben schon mit dem, was der Fall ist, übereinstimmen lassen, wenn ich begreifen will, wie die Welt funktioniert. Also diese Wirklichkeit ist so, wie sie ist, unabhängig davon, wie ich sie mir vorstelle, unabhängig davon, wie ich sie mir wünsche. Ich kann mir eine Welt wünschen, in der alle Menschen vernünftig und friedfertig sind, aber dadurch ändert sich die Welt nicht. Das ist die Wirklichkeit, die zurückschlägt, wenn man sie falsch behandelt. Wo eine Völkerschaft, eine Bevölkerung dann aufbegehrt, weil man sie unterdrückt hat, obwohl die Herrschenden sich in Wandlitz oder in Versailles völlig sicher glaubten. Und in dieser Operationswirklichkeit stellen sich sämtliche politischen Herausforderungen, die es zu bestehen gilt, und nur in der Welt, wie sie ist, können politische Probleme gelöst werden. Sie können nicht gelöst werden in eingebildeten Wirklichkeiten. Man muss seine Vorstellung von der Welt mit der Welt, wie sie ist, in Übereinstimmung bringen. Die Vorstellung von der Welt nennt man Perzeptionswirklichkeit. Das ist jene Wirklichkeit, die sich einem Beobachter als so nicht anders darstellt. Der naive Mensch glaubt, dass das, was er an Wirklichkeit sieht, ist, die Wirklichkeit ist. Der wenige naive Mensch weiß, dass sich fünf verschiedene Leute die gleiche Wirklichkeit mindestens auf drei verschiedene Weisen vorstellen, wovon zwei Weisen miteinander überhaupt nicht verträglich sind. Diese Wirklichkeit ist geprägt durch die Perspektivität des Beobachters, dass er eben nur in einer bestimmten Perspektive auf die Welt sieht, das sei unsere politische Welt, unsere politische Operationswirklichkeit, wo wir Politik machen, das hier sei der eine Beobachter, für den schaut die Welt so aus, der da schaut aus einer anderen Perspektive auf die Welt, der schon wieder aus einer anderen, die sehen immer verschieden ist. Der auf dem Kirchendach steht, sieht auch die Welt anders und der in den grünen Bäumen steht, der behauptet, was habt ihr denn? Es gibt kein Dorf, es gibt keine Kirche, es gibt keine Berge, es gibt nur grüne Bäume. Schaut euch da rum, was anderes ist nicht zu sehen. Jeder Beobachter, der dumm ist, steht an einer Stelle, auf die ihn sein Leben getragen hat und bewegt sich nicht weg. Wer klug ist, begreift, dass es andere Perspektiven auch noch gibt und dass man den Gegenstand auf verschiedene Weise ansehen kann, ja ansehen soll, wenn man halbwegs Zuversicht gewinnen will, dass das, was einem selbst an Wirklichkeit zu bestehen scheint, halbwegs dem entspricht, was da wirklich draußen ist, an Siedlungsstruktur oder an sonstigem. Im Alltag aber vergessen wir ab und zu, dass es verschiedene Perspektiven gibt, dass die Menschen mit verschiedenen Perzeptionswirklichkeiten herumlaufen und dass wir uns schon anstrengen müssen, um sozusagen durch Triangulation verschiedener Perspektiven rauszukriegen, wie etwas tatsächlich beschaffen ist. Das ist das Begriffspart, das wir brauchen, ja Selektivität, wollen wir auch noch schnell besprechen. Nicht über alles, was es gibt, gibt es Informationen. Das, was in Nordvietnam genau läuft, wissen wir großenteils gar nicht. Nicht alle Informationen, die es gibt, nimmt man zur Kenntnis. Wer es nicht glaubt, muss bloß sein eigenes Studier- und Leseverhalten überprüfen. Sie werden bestimmt nicht die gesamte politikwissenschaftliche Literatur lesen, die es in der Bibliothek gibt. Das meiste, was man je zur Kenntnis genommen hat, vergisst man wieder. Das erlebt man typischerweise unmittelbar vor Prüfungen. Und den Rest, den man behält, deutet man sich meistens so zurecht, dass man zufrieden damit ist und wenig Bedürfnis hat, neue Informationen aufzunehmen. Und solche schon gleich gar nicht, die einem seine bisherigen Sichtweisen in Zweifel ziehen könnten. Das Ergebnis solcher unkontrollierter, unbemerkter Perspektivität und Selektivität nennt man Ideologie. Ideologie ist eine Perspektive auf die Welt, die natürlich selektiv ist und nicht kontrolliert wird durch andere Perspektiven. Also die Weltanschauung, wie man die Welt ansieht in seiner Perspektive, mit der in dieser Perspektive gegebenen Selektivität, diese Weltanschauung, das ist das, was man zunächst einmal Ideologie nennt. Und die Weltanschauung als solche verändert die Wirklichkeit noch nicht. Erst wenn Menschen ausgehen von einer Weltanschauung in der Welt, bestimmte Parteien gründen, Wählern, Kriege vom Zaun brechen oder sonst was tun, erst diese Handlungen auf der Grundlage einer Weltanschauung verändern die Welt. Wenn man bloß anders beobachtet, ist noch nichts erreicht. So, was ist nun Ideologie? Eingeführt anhand dieser Begriffe. Ideologie gibt es in zwei Bedeutungen, einer weiteren Bedeutung, einer engen Bedeutung. In einer weiteren Bedeutung ist Ideologie eine unter vielen Weisen die Welt anzuschauen. Eine perspektivische selektive Weltanschauung und in diesem Sinn hat jeder Mensch eine Ideologie. Und es kann auch gar nicht anders sein. In der engen Bedeutung meint Ideologie eine Perzeptionswirklichkeit, die die Operationswirklichkeit falsch wiedergibt. Zumindest für einen bestimmten Zweck falsch wiedergibt. Wenn also Wirtschaftswissenschaftler behaupten, die Welt sei so beschaffen, dass jeder Mensch ununterbrochen rational handelt und ihre ganzen Wirtschaftsmodelle auf das Modell des Homo economicus aufbauen, dann ist das ideologisch im Sinn einer falschen Weltanschauung. Aber wenn Leute in der Politik glauben, dass im Gedicht nicht steht, edel sei der Mensch hilfreich und gut, sondern edel ist der Mensch hilfreich und gut. Und ein politisches System auf der Annahme aufbauen, dass alle Menschen edel sind, hilfreich sind und gut sind, dann wird der ganz gewiss Schiffbruch erleiden, weil er eine falsche Vorstellung von Wirklichkeit seinem Handeln zugrunde legt. Sowas nennt sich falsches Bewusstsein oder eine falsche Weltanschauung. Und eine falsche Weltanschauung führt zu Handlungen, die draußen in der Wirklichkeit zu anderen Folgen führen, als man sie wünscht. Den Zusammenhang beschreibt das einzige sozialwissenschaftliche Gesetz, das wirklich bei allen Völkern zu allen Zeiten zu gelten scheint. Wenn Sie also auf der Suche sind nach einer wirklich universell verallgemeinerbaren Gesetzmäßigkeit aus der sozialen Wirklichkeit, hier ist sie. Benannt nach einem polnisch-amerikanischen Soziologen, der Thomas hieß. Dieses Theorem sagt, wenn Menschen eine Situation als so und nicht anders beschaffend definieren. Und wenn Sie von dieser Situationsdefinition ausgehend handeln, dann sind die Folgen dieses Handelns real. Und zwar ganz gleich, wie irreal die Situationsdefinition gewesen ist. Das heißt, aus Irrealem kann sehr wohl Reales entstehen, wenn Menschen Irreales wie real behandeln und sich so verhalten, als sei das irreale real. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für die Folgen solchen ideologischen Denkern. Eine Bank sei wirtschaftlich gesund. Aus irgendwelchen Gründen wird in den Medien berichtet, diese Bank stehe vor dem Bankrott. Das hört Mensch Mayer beim Rasieren in der Früh und glaubt den Medien, weil die Medien lügen ja nicht. Viele Einleger bei dieser Bank glauben den Medien, dass die Bank wirtschaftlich bankrott ist oder vor dem Bankrott steht. Sie laufen zur Bank oder gehen in ihr entsprechendes Bankingprogramm und ziehen ihr Geld von der Bank ab. Irgendwann kommt dann die Bank in Liquiditätsprobleme. Dann stehen Leute am Schalter der Bank und kriegen gesagt, hey, wir haben kein Geld mehr. Und das scheint nun zu bestätigen, dass diese Bank bankrott ist, denn sonst hätte sie ja Geld. Also man erlebt, dass die Bank wirklich Liquiditätsprobleme hat. Selbst jene, die bislang gezweifelt haben, ziehen nun ihre Gelder ab aus der Bank. Tja und dann ist die Bank natürlich bankrott und geht in den Konkurs, weil ihr Kapital ihr entzogen worden ist. Was passiert hier analytisch gesehen? In der Operationswirklichkeit ist die Bank okay. In der Medienwirklichkeit wird warum auch immer die Bank als problematisch dargestellt. In der Perzeptionswirklichkeit der Leute, die den Medienberichten glauben, erscheint die Bank jetzt als malade. Sie definieren die Situation so, dass ihr Geld in Gefahr ist, wenn man es nicht schnell vor dieser scheiternden Bank rettet. Auf der Grundlage dieser irrealen Situationsdefinition, die aber für real gehalten wird, wird nun konkret gehandelt. Konkretes Geld wird abgezogen. Folglich ändert sich die Operationswirklichkeit der Bank. Die nunmehr veränderte Operationswirklichkeit der Bank beglaubigt nun in der Perzeptionswirklichkeit der Kunden der Bank die zunächst ganz irreale Situationsdefinition, über deren Realitätsgehalt man sich erstreiten konnte. Auf der Grundlage, dass die zunächst irreale und bestrittene und bezweifelte Situationsdefinition jetzt durch die aktuelle Lage der Bank beglaubigt wird, hat man eine neue gefestigte Situationsdefinition, auf deren Grundlage nun gehandelt wird. Und die Folge ist eine völlig veränderte Operationswirklichkeit. Behalten Sie dieses Beispiel und das Thomas-Theorem gut im Kopf, denn darin erkennt man die Rolle von Ideologie in der Politik. Falsches Bewusstsein über die Funktionsweise der Wirklichkeit führt zu realen Handlungen, welche in der Wirklichkeit in der Regel viel mehr Schaden als Nutzen anrichten. Schauen wir auf die zwei anderen Elemente, die noch bleiben, auf Normen. Was sind Normen? Ja, Normen sind eines als Regelungen, die Handlungen zugrunde gelegt werden. Und diese Regelungen sind teils ein Produkt von Politik, welche Gesetze gelten, welche Verwaltungsvorschriften gelten und so weiter. Teils sind die Regeln, denen wir folgen, Bestandteile von gesellschaftlicher Ethik und Moral. Von dem, was man gemein Kultur nennt. Das sind Regeln, die da sind. Und sie fallen nicht vom Himmel, sondern sie werden von Menschen gemacht oder entwickeln sich in Gesellschaft und werden von Generation zu Generation, mit gleich welchen Veränderungen, tradiert. Normen, Regelungen können auch die Konkretisierungen von Taktik und Strategie sein. Wenn ich etwas erreichen will und davon ausgehen kann, dass der andere wie folgt handelt, dann ist eine vernünftige Vorgehensweise, also eine vernünftige taktische Regel, die folgende. Nützlichkeitserwägungen prägen dann Regelstrukturen. Und Normen in genau diesem Sinn, Produkte von Politik wie Gesetze, Bestandteile gesellschaftlicher Moral, Konkretisierung von Taktik und Strategie, Normen in genau diesem dreifachen Sinn, sind Durchführungsmittel von Politik. Anhand von Normen, von Regeln wird Politik gemacht. Und Normen sind zugleich auch Rahmenbedingungen von Politik. Wenn Sie mal eine Verfassungsordnung haben, dann prägt diese Verfassungsordnung Ihr Handeln, es sei denn, Sie stürzen sie mit Gewalt. Achtung, das ist nur die eine Seite, die Vertrautere. Die nicht minder wichtige, aber weniger vertraute Seite ist die, dass Normen Interpretationshilfsmittel sind. Sie sind Weisen, die einem helfen, den Sinn des Handelns anderer zu verstehen. Wenn ein anderer was macht, fragt man sich unwillkürlich, warum macht er das? Ist das reiner Zufall? Führt er was im Schilde? Also eine taktische Regel wird gefolgt? Oder befolgt er eine Regel, die ich einfach noch nicht kenne? Wenn Sie in einen sozialen Kreis kommen, der neu ist, wo Sie sich noch nicht auskennen, wo Sie den Sinn der sozialen Struktur nicht kennen, da ist das, was Sie in der Regel tun, ausfindig machen, wie ticken denn die Leute? Was sind die informellen Spielregeln? Woran muss ich mich halten, wenn ich kein Außenseiter bleiben will? Sie sind also Interpretationshilfsmittel, anhand welcher man den Sinn des Handelns in sozialen Beziehungen zu deuten versucht und anhand von Regeln stellt man das eigene Handeln auf das Handeln der anderen ab. Das ist das, was ich Ihnen vorhin als sinngeleitetes Handeln beschrieben habe. Blicken wir noch knapp auf Kommunikation. Kommunikation ist der Austausch von Informationen und Sinndeutungen. Das ist eine sehr kurze, aber für unseren Zweck ausreichende Formel. Und in dieser Rolle ist Kommunikation in einer berühmten Formel der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. Eine Gesellschaft, eine politische Gemeinschaft wird durch Kommunikation zusammengehalten. Wird Kommunikation zwischen einander bekämpfenden politischen Gruppen eingestellt, zerfällt diese politische Gemeinschaft. Zunächst an einzelnen Stellen, im schlimmsten Fall überhaupt, entlang von Partei, Rassen, Klassen, sonstigen Grenzen. Und wichtig ist Kommunikation dabei, soziale Wirklichkeit aufzubauen. Einesfalls feste Handlungsgefüge, Rollenstrukturen, Organisationen, Institutionen aufzubauen. Und anderteils gemeinsame Sinndeutungen aufzubauen, in denen Regeln sich immer wieder bewähren. Gemeinsame Sinndeutungen, in denen eine bestimmte Perzeptionswirklichkeit als in Übereinstimmung mit der Operationswirklichkeit gelten kann. Denken Sie an das Beispiel mit dem Bankkrach. Kommunikation ist es, die so viele Leute zur Bank bringt, um so viel Geld abzuheben, dass die Bank wirklich zusammenbricht. Und damit können wir den Begriff oder den Begriffspark von Wirklichkeiten vervollständigen. Es gibt die Welt da draußen, die Operationswirklichkeit, innerhalb der eigenen Lebenswelt, wo sie jeder selbst kennt, außerhalb der eigenen Lebenswelt, wo sie lediglich über Kommunikation uns zugänglich wird. Wir haben die Medienwirklichkeit, die Wirklichkeit wie sie in Medien, denen wir glauben und seien es auch Echokammern und Filterblasen im Internet, wo die Wirklichkeit, die wir als wirklich bestehend glauben, uns vorgeführt wird, weil sie in diesen Medien da ist, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass sie nicht täuschen kann. Oder bei PI News, die die klare, reine, einzige Wahrheit sagen, das ist Medienwirklichkeit und auf der Medienwirklichkeit gründet man seine Perzeptionswirklichkeit. Man glaubt nur der Wirklichkeit, die einem ins eigene Denken passt und haust sich dann in Echokammern ein. Und daraus speist sich jene Redewirklichkeit, in der wir einander erzählen, was denn der Fall ist, wie schlimm die Partei ist, wie toll die folgende Politik ist. Wir bestätigen uns einander. Und in der Regel haben die Leute keine Lust, sich von anderen ihre eigene Redewirklichkeit verderben zu lassen. Deswegen redet man idealerweise nur mit seinesgleichen. Mit Leuten, die anders denken, redet man nicht. Man würde ja bloß deren dummes Gerede salonfähig machen. Denn wir sind im Salon und die anderen sind das Pack und der Pöbel. Wo kommen wir dahin, wenn wir unseren schönen Bourgeoisensalon für den Pöbel öffnen? Tja, und so zerfallen die Redewirklichkeiten. Entlang der Redewirklichkeiten zerfallen die Handlungswirklichkeiten. Und im schlimmsten Fall steht Bürgerkrieg am Ende. Medien, Perzeptions- und Redewirklichkeit werden durch Kommunikation geprägt und prägen sich oft aus als Ideologie im engeren Sinn. Falsches Bewusstsein, dass die Welt da draußen, die Operationswirklichkeit unzulänglich abbildet, dennoch aber für eine korrekte Wiedergabe der Welt da draußen gehalten wird. Aktuelle politische Diskussionen bieten reiches Anschauungsmaterial. So, das sind also die Dimensionen von Politik. Und Sie wissen jetzt, was Sie zu tun haben, wenn Sie über die Pfeile sinnieren. Machen Sie das gründlich. Denn dann fangen Sie an, wirklich viel über Politik zu verstehen. Beenden wir unseren Durchgang, indem wir nicht nur auf Politik blicken, sondern auf Wissenschaft blicken. Und indem Sie dann das, was ich über Politik ausgeführt habe, mit dem zusammenbringen, was ich kurz über Wissenschaft aufführe, dann wissen Sie, was Politikwissenschaft ist. Wissenschaft ist, wer hätte das gedacht, menschliches Handeln. Wissenschaft ist menschliches Handeln, das auf etwas Bestimmtes abzielt. Wissenschaft ist menschliches Handeln, das auf die Herstellung von Aussagen abzielt. In der Politikwissenschaft wird abgezielt auf die Herstellung von Aussagen über Politik und alles, was zur Politik gehört. Auf was für Aussagen wird abgezielt? Auf Aussagen wird abgezielt, die jenen Aussagen überlegen sind, die man auch ohne Studium der Politikwissenschaft machen kann. So ganz normal, als politisch interessiert oder desinteressiert in seinem Alltag. Worin sollen diese Aussagen überlegen sein? Die notwendige Perspektivität aller Aussagen soll reflektiert sein? Die notwendige Selektivität soll reflektiert und kontrolliert sein? Und die Normativität, das unstillbare Verlangen, immer gleich zu sagen, dass man etwas für gut oder für schlecht findet, statt einfach erst mal zur Kenntnis zu nehmen, was der Fall ist, ganz gleich, ob der Fall erbaulich oder unerfreulich ist. Mit dieser ständigen Normativität muss man auch kontrollieren und selbstkritisch umgehen. Sie sollen logisch konsistent sein und sie sollen mit ihrem Gegenstand übereinstimmen. Das sind die Anforderungen an politikwissenschaftliche Aussagen. Und Politikwissenschaft ist Handeln, das auf genau solche Aussagen abzielt. Und jetzt meditieren wir noch kurz darüber. Bei der Wissenschaft, weil sie menschliches Handeln ist, geht es um Werte, Interessen, Leidenschaft, Irrationalität. Und so ist es auch in der Politikwissenschaft. Es gibt so wahnsinnig viel Irrationales in der Politikwissenschaft. Je näher man drinnen ist und je länger, umso mehr verzweifelt man förmlich daran, wie Irrationales zugeht. Wissenschaft zielt ab auf wahre Aussagen. Das heißt, die Wissenschaft ist voller Irrtümer, ist voll des Scheiterns von Versuchen, was Sinnvolles zu tun. Und das gilt natürlich auch für die Politikwissenschaft. Das Produkt der Politikwissenschaft ist nicht etwa politisches Handeln. Das Produkt von Politikwissenschaft sind politikwissenschaftliche Aussagen. Mit denen kann man sich natürlich in den Dienst der Praxis stellen. Und als Bürger soll man das auch tun. Aber dort, wo man politisch handelt, hört die Wissenschaft auf. Die Wissenschaft geht genau so lange, wie man Aussagen über die Wirklichkeit formuliert, die wahr sind. Politikwissenschaftliche Aussagen konkurrieren mit Alltagsaussagen. Das ist das, was Sie in Ihrem Studium ständig erleben werden. Ich denke doch, was ganz was anderes als dieser Kerl mir erzählt. Und weil ich weiß, dass ich Recht habe, muss er sich täuschen. Folglich ist das, was mir als Politikwissenschaft erzählt wird, in Wirklichkeit nur eine Privatideologie. Und die wird wahrscheinlich auch nicht besser sein als meine eigene. Tja, diese Konkurrenz ist da und nur wer wirklich neugierig ist auf Emanzipation von seinen politischen Alltagsdenkern, wird hier weiterkommen. Reflektierte Perspektivität und so weiter, das meint Politikwissenschaft, besteht im Wesentlichen auch aus Theoriebildung, aus der Arbeit mit überleggezogenen Stichproben, aus empirischer Forschung. Logische Konsistenz, ja, die Aussagen müssen logisch wahr sein, es sollen keine Denkfehler drinnen sein und sie müssen empirisch wahr sein, das heißt mit ihrem Gegenstand übereinstimmen. Politikwissenschaft ist genau Wissenschaft im hier aufgeschriebenen Sinn, über Politik, so wie ich das vorher erläutert habe. Und wenn sie jetzt über alles das gründlich nachdenken, lesen, die Hausaufgaben machen und in sich dieses Grundverständnis wachsen lassen, dann haben sie jetzt eine brauchbare Einführung in das bekommen, warum es bei der Lehre von den politischen Systemen geht. Tschüss, bis nächste Woche.